Kunst von Joe Brockhoff Eine Wasserwende Wir haben uns zur Wasserwende entschieden. Zunächst beruft sich unser Glaube auf Ewigkeit. Was natürlich ein blöder Begriff ist, da Unendlichkeit nur abstrakt denkbar ist, aber wissenschaftlich erwiesenermaßen nicht existieren kann. Wir wissen allerdings um unser Leben und allem, was Leben überhaupt ausmacht. Nicht im Glauben, aber in unserer Kultur haben wir uns auch, wenn um ewig viele Ecken, uns stets bemüht, Leben zu kultivieren. Bis hin zu respektverbreitenden Weltbildern und Religionen, die den Erhalt und die Pflege des Lebens für ein hohes Gut erachten. Klar doch, ohne Leben wäre das Leben sinnlos. Dabei spielt Wasser eine tragendere Rolle. Auf dieser Erde ist Wasser primäres Lebenselixier. Im Wasser hat unser Leben seinen Anfang genommen. An Land gekochen können wir ohne den 80%igen Wasserbestand in unserem Körper auch nicht überleben. Wasser zu belassen, was es ist, ist uns im Zeitalter der Industrialisierung nicht mehr gelungen. Wir glaubten eher an Feuer und Gewalt und vernachlässigten die Reinhaltung von Wasser. Wasser ist nun in immensem Maß der Verderblichkeit preisgegeben. Bevorstehende Wasserstoffverbrennung zum Energiegewinn belegt Wasser mit Stinkozyten. Es kommt zur Wasserwende. Wasser ist dank Kapitalismus und einhergehender Industrialisierung nun als Ware in die Kategorie Produkte eingeordnet. Es ist messbar, endlich, begrenzt und vor allem nur noch Konsumfahre. Reines Wasser wird aus der Natur selbst nicht mehr geleben. Das wird es nicht. Mühsam werden wir alle zivilisatorischen Fähigkeiten nutzen müssen, zumindest wieder reines Wasser zu gewinnen. Allerdings bleibt mir anzumerken, dass ich nur wenig Bemühungen unter uns Menschen generell sehe, Wasser im Wesentlichen überhaupt als Grundlebenselexier wahrzunehmen. Haben wir Durst, greifen wir zur Flasche. Ein ganzer Quelle, der ist aus unserem Gedächtnis längst gestrichen. Danke, dass du meinen Kanal besucht hast. In den nächsten Wochen und Monaten werden weitere Videos mit Kunst von Joe und anderen Kunstschaffenden hier veröffentlicht. Abonniere kostenlos den Kanal und aktiviere die Glocke, um diese nicht zu verpassen. Bleib kreativ! Danke, dass du meinen Kanal besucht hast.